Ich will mich echt verarschen. Ich bin jetzt auf der Brücke. Immer ohne Spaß, gehen wir nicht einfach aufs Fenster springen, dann wären wir schon da. Wieso funktioniert das nicht? Das heißt, wir sind jetzt echt am Arsch. Möchte ich mal sagen. Wir sind jetzt einfach mal echt am Arsch. Ah, okay. Okay. Ja, hey. Ich laufe gern durchs ganze Schiff und wir zurück. Ich meine, das macht voll Party-Hart hin. Ich hätte schon mal vorher auf die Rotze im Map geguckt und hätte gewusst, dass sie seitdem die Schlüsselheiste sich dann ins Schirm gehen kann. Dann müssen wir jetzt nicht wieder zurückklatschen. Wenigstens sind die Räume hier nicht so fiesig, dass wir zumindest gut durchkommen sollten. So, ich bin hier. Ich muss jetzt auf. Was hat... Was war hier? Ja, ja. Obere Kabine oder untere Kabine. Obere Kabine oder untere Kabine. An sich ist das gehuppt wie gesprungen, ey. Wir können hier hin und dann leiten wir hier halt wieder zurück. Ey, und wie? Ich komm denn da nicht hin, ey. Dann kotze ich aber im Streich, sag's euch. Na, so kommst du ja nur hier rüber. Ja, vor der Deck. Hier. Da war es. Da ging es nicht. Oh Gott. Entschuldigung, wenn ich hier so rumfange, aber das ist halt echt tricky. An sich muss ich halt echt nach unten. Nee. Ach, Quatsch. Also, lass mich mal hier zurück. So, also an sich... ...muss ich hier unten hin. Ach, weiß ich nicht. Ich fahr erst mal nach unten. An sich muss ich nach... ...also, versteh ich nicht. Also, entweder müssen wir jetzt noch eins runter. Also hier irgendwie noch... ...leck mich doch mal am Arsch hier. Noch eins runter und dann da hinten durch. Und dann vielleicht irgendwie... ...was liegt denn grau? Das nehmen wir doch mal. Achso, denn jetzt kann ich hier durch, oder was? Na, ihr seid ja lustig. Hm. Bin ich überhaupt richtig grad? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Doch, wir müssen zurück. Oh! Diese Map macht mich wahnsinnig zurück hier. Und dann sind wir hier drinnen. Dann müssen wir nach ganz unten. Wo muss ich denn hier lang? Warte mal. Ihr könnt mich mal gern haben, ihr Wichser. Ganz ehrlich. Ihr könnt mich echt Bananen... Bananenkuchen. Ich hätte jetzt Lust auf so einen Schokokuchen, ey. Das glaubt man. Bitte. Ach, danke Junge. Ohne dich, Alter. Was tät ich da nur? Da wär ich ja richtig am Arsch, ne? Du Vollfass. Hätt's mir aber gleich mal sagen können, wo wir langlaufen müssen. Dann müssen wir nicht jetzt wieder durchs ganze scheiß Schiff zurückgucken, ey. Oh, ne. Das. Hotter. Hotter. Und weil ich ja so nett bin und Sachen nicht rausschneide, sind wir halt jetzt zusammen einmal durch das ganze Schiff gelaufen, haben noch so ein paar Sachen mitgenommen. Natürlich war das alles geplant und ich habe mich nicht verlaufen. Nein, ich bin nicht nach oben. Aber jetzt hab ich mich geheilt. Ich geh kaputt. Ich bin nach unten. Ich muss nach unten, Leute. Ich komme schon jetzt nach unten. Da drüben ist eine Treppe. Gehen wir die Treppe runter und dann... Oh. Oh, da ist er, der Rutschhoff. Guck an. Guten Tag, Junge. Sind wir richtig, hä? Wollt ihr mit Veltro sterben oder wollt ihr leben? Los zum Vordeck. Ich werde hier tun, was ich kann. Los zum Vordeck. Ich werde hier tun, was ich kann. Der will mich verarschen. Ich stand die ganze... Anstatt dass er mal sagt, Jo, Leute, kommt runter. Woher weiß er, was wir vorhaben? Der belauscht uns doch die ganze Zeit. Kannst mir nicht erzählen, dass der die ganzen Monster nicht mitgekriegt hat, ey. Wie der hier durchgekommen ist alleine. Keiner weiß, keiner weiß. Schnell, die Drohne ist im Vordeck. Wie oft möchtest du dich noch wiederholen, mein Freund? Das weiß ich auch mit Sicherheit. Ja, die Frage ist nämlich, woher die ganzen Viecher hier hops gehen. Oh, wo muss ich lagen, Leute? Meine Orientierung ist doch so schlecht. Oh Gott, was ist das schon wieder? Wie sind diese Rotzervieh hier? Sie stürten das Vieh nicht. Warte mal, mein Hand, bitte. Woow. Moment! Bitte. Sind die jetzt endlich mal tot? Oh, meine Güte, das war eigentlich immer so tricky. Tricky, tricky, tricky. Und ich habe noch vier Schuss in der Klasse. Da stehe ich aber gar nicht drauf. Wo geht's denn hier lang, Mann? So ging jetzt hier das Licht an. Das sind immer so Sachen, die wir so gar nicht... Es gibt kein Zurück mehr. Danke, Jill. Danke. Für dieses doch sehr amüsante... Das kennen wir schon. Das war der komische Käpt'n oder was? Das war... Äh... Ich muss hier runter. Exit. Ne? Exit. Ha! Bitches. Mann! Hier rotzieren. Ich habe ja hier... Warte. Wo ist Warte? Ah. Ach, mein Mensch. So, hier. Fixfertig wieder. Komm, spiel mal ein paar Minuten Spierschuh am Arsch. So, was geht ab hier? Äh, da hin. Dann irgendwie hier hin. Und dann können wir den Fahrstuhl rufen. Komm, hoffentlich mal aufs Vorderdeck jetzt, ja? Ah, okay. So. Was? Vorderdeck. Bitte. Endlich mit dem Vorderdeck. Hm. 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 Wo ist die Drohne? Weiß ich nicht. Ich sah mir erst mal das Zeug hier ein. Und ja, ich sehe durchaus die Leute, die hier rumlaufen. Aber ich dachte mir, ich ignoriere sie einfach mal so ein bisschen. Die kriegen das schon mit, wenn sie... ...nicht gewollt sind, quasi. Oh ja, ganz viel von dem Scheu. Es gibt mir den Schnullibump hier. Geil. Oh ja. Customization Kit. Immer her mit dem Scheu. Immer her mit dem Scheiß. So, jetzt lass uns hier rausgehen und dann machen wir denen hier Dampf, ey. Dampf machst du ja auch. Moment, nachleihen bitte. Oh, 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 fuck you. Die halten aber auch was aus, hä? Die scheiß Viecher. Okay, ich weiß nicht, ob sie jetzt tot sind, oder doch nicht, oder vielleicht noch. Ja, wo ist die Drohne? Ich weiß es schon mal nicht. Das sieht aus, als würde ich ein Bossbill oder sowas kommen. Ich wofür. Fuck you, bitch. Okay. Das sieht mir jetzt sehr nach Bossbill aus, oder? Also, dafür ist einfach zu viel Platz hier. Ich stelle mich jetzt hier hin und denke mir, oh, Titanic. Was? Du bist aber nicht mein Leonardo DiCaprio, mein Freund. Was macht er? Er chillt hier rum. Oh nein, ich weiß immer noch nicht, wo die Drohne ist. Wieso kommen hier immer mehr? Von hier ins Gesicht? Oh, fuck you. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Dein Ernst? Ist das jetzt die Drohne hier, oder was ist denn das hier für ein Spaß? Das steht doch nicht umsonst hier. Sesam, öffne dich, oder was? Da, Gott sei Dank. Wir müssen noch zusammenbauen den Shit. Hm. Hm. Was könnte die BSAA von mir rollen? Wie lange ist das jetzt her? Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran. Ja, verdammt. Jetzt habe ich voll die dicke Action hier verpasst. So, dann speicheln wir mal alle 22 Minuten. Halleluja. War ewig gebraucht, ne? Wir sind ja einmal durchs ganze Schiff gelaufen. Fuck you. Äh, weiter. SS, aber gut getroffen, ne? Hä? Immer irgendwas getroffen. Ja. 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 Da steuerung ist im Kiel-Raum. Daher auch fern, geht übers Nebendenk zum Kiel-Raum. Das hättest du auch früher sagen können! Ist das sein Ernst jetzt? Und warte, ich folge dem typen mal… der macht das schon. Ich komm rum. Warte, hier lang, ja? Du wunderst dich, warum ich Regia Solis aktiviert habe? Ja, was ist denn in dich gefahren? Ist es nicht etwas früh, den Zorn Gottes loszulassen? Satelliten-Zier-System. Freigabe-Code eingeben. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Freigabe-Code ist gültig. Feuere Laser ab. Die sind ja drauf hier, ne? Ich habe rechnet, wie lange ihr habt. Ich schicke's euch. Hey, werden wir es schaffen? Nee, so nicht. Nee, dann müssen die mal aus dem Weg gehen. Dann komm ich ja auch durch. Nee, auf der Drogenbahn. Ja, ist klar, Jill. Einfach mal daneben hauen. Ich laufe gleich. Das dauert noch einen Moment. Du kannst mich schon mal schlägen, Mann. Geh mir nicht auf den Tiger hier. Aber ich war zu Kraut. Oh Gott, gib mir das grau. Oh Gott, was ist hier los? Das ist der Fall-Gay, ganz ehrlich. Hier, ist das... Oh Gott, ja, genau. Ist das dein Ernst? Das soll ich nicht am Machen, ey. Ja, genau. Fuck you, hier. Ich bin hier. Danke. Oh Gott, ich lasse mich hier durch. So, hey, wir haben noch... Wir haben noch fünf Minuten. Das passt schon, bitch. Ach, genau. Kitty, was machst du? Furcht die Band und schnell, bevor die Fisch auskommen. Okay. Nein, die Zeit ist um. Los, oder willst du hier sterben? Also, es sind noch vier Minuten. Was macht denn hier für Stress hier? Ganz ehrlich. Ich fahre noch gerne eine halbe Stunde vor dem Stuhl. Schnell, die Zeit läuft ab. Fück dich hier rumstressen, meine Gülle. Was ist denn das für ein Spaß? Da unten müssen wir hin. Okay. Irgendwie müssen wir... Oh, nicht sie schwach. Ich muss auch noch drücken, die Frau. Ich weiß nicht, ich renne einfach mal nach unten. Und er freue mich, dass ich hier... Irgendwie... Oh, gut, ja. Genau, Kitty. Genau, Kitty. Das hast du schon gemacht. Oh, fuck you. Oh, ja, Kinder. Oh, hallo. Ihr habt doch echt einen Arsch auf dem Null. Ganz ehrlich. Oh, ich hab doch echt einen Arsch auf dem Ganzen. Ganz ehrlich. Das ist so ein Toffee. Oh no. Ja, das ist okay. Okay, gib mir das. Oh Gott.